85 Fragen, Vergangenheit 1 Wie viel haben Sie getrunken? Wie viel haben Sie getrunken? Wie viel haben Sie gearbeitet? How much did you write? Wie viel haben Sie geschrieben? How did you sleep? Wie haben Sie geschlafen? How did you pass the exam? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? How did you find the way? Wie haben Sie den Weg gefunden? Wie haben Sie den Weg gefunden? How did you speak to? Mit wem haben Sie gesprochen? Mit wem haben Sie gesprochen? Mit wem haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie sich verabredet? With whom did you celebrate your birthday? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? Where were you? Wo sind Sie gewesen? Wo sind Sie gewesen? Where did you live? Wo haben Sie gewohnt? Wo haben Sie gewohnt? Where did you work? Wo haben Sie gearbeitet? Wo haben Sie gearbeitet? What did you suggest? Was haben Sie empfohlen? Was haben Sie empfohlen? What did you eat? Was haben Sie gegessen? Was haben Sie gegessen? What did you experience? Was haben Sie erfahren? Was haben Sie erfahren? How fast did you drive? Wie schnell sind Sie gefahren? Wie schnell sind Sie gefahren? How long did you fly? Wie lange sind Sie geflogen? Wie lange sind Sie geflogen? How high did you jump? Wie hoch sind Sie gesprungen? 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 Untertitelung des ZDF, 2020